Bin's wieder, euer Mr. Unbekannter. Und ja, das ist sie. Die neue Season. Season 13! Und auch mit dabei am Start ist der anonyme Unterstrich. Bachelor! Ja, willst du auch was sagen zu der neuen Season? Ja, dann halt nicht, ne? Moin, ich brauch da. Och, nee. Oh mein Gott, Scharfschützen-Ding ist drin. Okay, erst mal. Die Lobby sieht ja anders krank aus. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, ich lehne erst mal ab. Ich muss erst mal... Battle Pass, oh mein Gott, Battle Pass zu krank. Battle Pass? Oh mein Gott, Junge, was ist so... Alter, was... Schau, Schützenfest. Schau, Schützenfest ist drin. Oh mein Gott, Junge, was ist das für ein Battle Pass? Lass dich ein, Junge, komm direkt mit alle Lobby. Ja, gleich. Tschül, 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 tschül. Oh mein Gott, da ist er. Mein Lieblingsgleiter. Ich kaufe natürlich direkt für euch hier die 10 Geschenke, dass wir mal sehen, was mit den Geschenken passiert. Aber macht es direkt zum Reinkommen jetzt bei mir, bitte. Ja, okay, Leute. Warte, ich muss hier erst mal mein... Leute, ich muss mich... Holy moly Macaroni. Digga, ich muss mich erst mal ganz kurz... Uiuiui. Digga, ich muss mich ganz kurz... Oh Leute, das geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alter. Die Season ist gerade eben neu rausgekommen. Wir spielen jetzt die erste Runde zusammen mit fb-matis, besser bekannt als Mr. Unbekannter. Kommst du einmal bis zu meiner Lobby? Ja, gleich. Warte noch ganz kurz. Alter. Wir haben natürlich für euch hier direkt schon die 10 Geschenke für 480 Bette-Bucks gekauft. Wir werden gleich sehen, was mit dem Geschenk noch ganz passiert. Ähm, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Oh, da ist er schon drin. Ja, ich geh gleich nochmal raus. Mach direkt rein, wir möchten die neue Webseite. So, ich muss noch kurz hier meine Einstellung wieder auf Norme stellen. Ja, weil das ist... Ja, Leute, das ist... Let's go, Jungs! Ja, das ist so eine Art bisschen Elektronik und so. Und da ich mir noch nicht den Battle Pass geholt hab, aber werde ich auf jeden Fall noch später machen, habe ich jetzt mal den alten Robo-Skin ausgewählt. Der passt ja ein bisschen so zu Elektronik und so. Ja, deswegen... Ich bin auf jeden Fall gehypt, wie jetzt gleich die Web aussieht. Junge, wie sieht die Web aus? Ich bin richtig gespannt. Ja, first reaction mit euch, Leute. First reaction mit euch. Ja, ich würd sagen, let's go up. Wart gleich. Ich seh sie noch nicht. Ja, gleich, gleich, gleich muss es... Gleich ist... Oh mein Gott, yo, was ist das? Wo landen wir? Battle Pass? Wie scheiß ist das denn? Ich kann eigentlich landen, wenn man dafür Battle Pass braucht. Lol. Okay, ja, das ist... Alter, aber die Map sieht ja richtig geil aus, Digga. Ja, diesen Dion kenn ich noch hier. Den kenn ich noch. Oh mein Gott, let's go. Nein, noch ein bisschen, zwei Gegner. Zwei Gegner. Oh Gott. Holst du? Jawohl! Goldschest! Yeah, Digga! Was ist los, Junge? Oh mein Gott. Ich benutze das Geschenk. Ich benutze das Geschenk. Halt! Komm zu mir, ich will sehen, was es ist. Nein, scheiße, zu schwer. Ich hab ne Packpost bekommen. 25er, wichtig. Nochmal. Scheiße, so viele Gegner bei mir. Aber Jungs, schaut euch einfach mal diese Map an. Sie ist zu wild. Junge, es ist übertrieben. Oh, bei mir ist ein echter. Aber so kenn ich die alte OG-Map von uns noch. Ja, Digga, ich werde hier von zwei Leuten zersprayt. Komm zu dir. Nein. Ja, ja, sie teamen, sie versuchen. Äh, das ist ein Lebkuchenskin, der teamt. Ne, teamt doch nicht mehr. Lass, äh, dann wieder unseren berühmten Server gehen. Komm, hier unten unter dir. Ich bin bei dir. Ja. Lol, aber wie es auch aussieht, wenn man gestorben ist. Sieht geil aus. Aber das war zwar vielleicht nicht supi gut von uns, aber... Er hat schon tausend zu viel, er hat schon tausend zu viel, Junge. Oha, stabil von beiden, aber... Okay. Okay, let's go, wenn ich so viel bekomme. Ja, let's go. Ja, so viel ist schon mal sehr nice. Okay, dann gehen... Nils, Bro, wir gehen erstmal unseren altbekannten Server, du weißt welchen? Natürlich. Erstmal Ping erneuern. Wir sind in Australien. Okay, ja, egal. Dann, äh... Wart mich mal ein, bitte. Das wollen wir noch nicht an. Jetzt. Jo, der Beste hat einfach schon... Jo, Digga. Die haben alle schon zweitausend... So dreitausend... Ja, du musst dich jetzt mal ranhalten, dass du es geschafft hast. Jetzt noch mal dreimal. Ja, mach jetzt, komm. Wir müssen in die Weltrangliste. Jetzt. Traum, dass... Dass wir beide in die Weltrangliste eintauchen und richtig viel Rambazamba machen, ne? Warum kann man da nicht landen, das ist scheiße. Komm, wir gehen hier zu Disco. 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 Nils. Ich kann da nicht landen. Wieso kannst du bei der Disco nicht landen, Junge? Wo landest du? Weil da oben nur Battle Pass ist. Da kann ich nicht landen. Ja, wo landest du denn? Hast du den Battle Pass schon gekauft? Nein, ich hab ihn nicht gekauft. Hab ich doch vorher schon gesagt. Bro, was geht hier ab? Das ist schon, sag ich dir ehrlich, zu wild. Viel zu wild, Junge, viel zu wild. Also ich bräuchte jetzt gerne nochmal hier eine Chess, dass ich den, ähm, vielleicht sogar noch den neuen Granaten Launcher bekomme. Und wenn der heute in-game ist, dann wär das auf jeden Fall sehr krass. Ja, das wär echt verdammt geil. Das wär anderes Level. Brauchst du Moon? Hier ist Moon vor mir. Ne, ich hab alles gut. Okay, gut. Ich hab nochmal Big Moonpack vor mir. Ja, nimm dir, nimm dir. Also das, dieses, äh... Äh, hier ist kleiner Shield bei mir. Enemy, enemy, enemy. Enemy. Komm, ich komm, ich komm. Hab ihn, hab ihn. Schnell finishen einfach. Einfach easy. Äh, kann ich Moonpack? Kann ich Moon oder willst du? Ja, nein. Okay, Ehre, Ehre, Ehre. Da hinten war noch ein kleiner Shield. Ich hab einen Lootjob. Oh, irgendwie. Hab ihn. Richtig? Ja, okay, lass, lass, lass Lootjob. Real Talk, Lootjob. Komm. Oh mein Gott. Okay, hat, hat Shield, 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 Shield. Hab ihn. Hallo? Teammate? Teammate? On me, Teammate? Hat Hits? Hat sehr viele Hits? Hab ihn? Äh, kann ich das Madkit dann? Dann kriegst du auch Moon. So, Ehre. Ah, Lootjob. Schade, schade. Ey, Junge, dieser IK-Neptune, der ist anders dran. Der macht grad durch den Kills. Ja. Aber die Frage ist, wo ist das, dieser Spot, wo so viele Leute, dass man viele Kills machen kann, ist grad die Frage. Äh, wir müssen hochziehen. Unten, unten bei mir. Ist da einer? Ja, ja, aber wir gehen so nett. Ja, okay. Also dieses Geschenk, das bringt dir, ähm, Leben. Also das kann dir jetzt so eine Pille geben, dann kannst du dir Waffen geben. Es kann dir, glaub ich, alles geben. Von, äh, grauer Uzi bis Goldscow und alles eigentlich. Geil, dass all die Camperparadies sind. Ja, wir sind Camper geworden. Das Camperparadies ist zurück, darauf freu ich mich auf jeden Fall, dass es wird. Ich brauch's, danke. Ähm, früher war das auch, das war quasi wie so eine Farm mit ganz vielen solchen Büschen, wo man sich nur drinnen versteckt hat. Ja. Auf jeden Fall auch sehr auf OG-Basis angelehnt. Zack, Madkit. Aber es gibt nicht so viele Häuser, wo man reingehen kann, seh ich grad, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Er droppt fast vor meiner Nase. Komm, wir gehen hin. Geil, 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 geil. Da kommst du nicht durch, by the way. Go, 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 go. Äh, darf ich dann Rocket Launcher neben den neuen? Äh, on, on me, im Busch, im Busch. Äh, real Gegner, real Gegner. Ja, mach auf, mach auf. Ich möcht' die weg von mir. Yo! Gönn dir, Bruder, gönn dir. Ich gönn dir so hart. Oh mein Gott, let's go! Äh, hinter uns. Ey, hol mich, hol mich, der ist, der ist White Life, White Life. Schnell, komm einfach her, komm her, komm her. Pass auf, pass auf. Oh, schade. Ja, er killt mich halt durch dich durch, Alter. Ja, das ist wie dieser Klasse, dieser Nipp-Tropi, Alter. Aber gut Trophäen geerntet, Junge, gut Trophäen gemacht. Junge, wir werden jetzt, Leute, wir beenden dieses Video erst, wenn wir hier genug Trophäen haben. Junge, wir sind nämlich hier schon auf Platz, sage und schreibe 53. Wir, komm, Junge, Nils, mach bereit, mach schnell, spiel, hallo, mach bereit. Nils, mach bereit. Nee, ich möchte jetzt auf die Weltrangliste, wir sind doch die Kings hier im Ring. Junge, wir werden jetzt alle zerstören in Season 13. Wir werden auf die Weltrangliste kommen. Hey, 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 hey. Ja, mir geht's gut, Nils. Also, Leute, ich frage mich, dass ihr im Hintergrund öffnet, das ist einfach so, was ist das? Das ist ein bisschen abgezählt. Ja, komm, wir gehen wieder Disco, come on. Come on, Bro, come on. Wir gehen dahin. Junge, wir werden jetzt wieder alles auseinandernehmen. Wir sind einfach die zwei OG-Skins, die auch OG spielen könnten, aber eigentlich immer nur schlecht spielen. Ich hab wieder das Geschenk ausgewählt, Leute. Achtung, hinter uns, Real Gegner, Real Gegner. Ich hab eine Pumpgun, let's go. Komm doch her, du Arschloch, komm doch her, komm doch her. Hab einen ersten. Ich esse jetzt hier sozusagen das Paket in mich hinein. Großes Schild für dich. Aber man kann tatsächlich immer noch keine zwei Waffen aufheben. Das finde ich extremst schade. Ja, aber egal. Hab ich nämlich sehr viel in der Besser-Community auch gewünscht. Aber. Naja, kann ja nicht immer alles haben. Komm, wir gehen da lang. Oh nein, diese selben sind wieder in unserer Runde. Ach so. Das war der Team-Mate von dem vorher. Äh, Wildlife, Wildlife, komm, holst du. Ist los, komm, du One-Shot, komm, du One-Shot. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ey, Mann, ich hätte ihn nicht. Junge. Goldsga-Typ. Jetzt wird er ja abgestaubt. Goldsga-Typ ist One-Hit. Ja, lass weg, lass weg, lass weg. Gut, wichtig. Ab hier? Bin Wildlife. Ich versuch nicht mehr. Äh, nein, Cheat-Crack, komm, Cheat-Crack. Nein, sorry, 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 Bro. Sorry, Bro, sorry. Will talk, sorry. Wieso sind der selbst schon wieder in unserer Runde, Digga? Und dieser scheiß Neptun-Fiel. Ja, ist doch egal. Komm, wir machen. Nils, komm, wir regen uns gar nicht großartig auf. Wir sind nämlich, demnächst müssen wir auf der Weltrangliste sein und... Junge, die haben, die haben 2000, die haben fast 3000. Wir haben 40. Wirklich? Hast du 40? Wie viel hast du? Ich guck gleich. Oh, Junge, mein Arm. Ja, ich habe... Äh, 2000... Spaß. Ich hab... Bist du Weltrangliste? Ich hab... Warte, wie viel hab ich? 67 hab ich. Ich bin 2634, hab der Weltrangliste. Ich bin... 2433. Jetzt komm, wir müssen doch gut unten raus, Tassel, Junge. Komm jetzt! Ja, man! Let's go, Digga! Ich werde aber dieses Video an der Stelle auch beenden. Ich werde euch auf jeden Fall aber Screenshots dann einblenden von den Platzierungen, die wir gemacht haben, weil ich glaube, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich kein Video aufnehme. Auf jeden Fall, das ist die neue Battleland-Season, viel Spaß noch, ihr könnt das auch sehr gerne austesten. Das Spiel ist kostenlos. Auf jeden Fall dann noch viel Spaß. Ciao! Ja, also bei mir geht's noch ein bisschen weiter, Leute. Ihr habt vielleicht im Hintergrund von anonymer-bettler gerade sein Abschluss-Video-Kommentar da gehört. Ja, ist natürlich schade, aber okay, dass du's beendet hast. Das Video ist vollkommen dir überlassen, mein Freund, ne? Ja, ja. Klar. Also die Form erweckt ja auch ein bisschen OG-Erinnerungen bei mir. Okay. Weil das kenne ich sehr schon sehr gut aus der alten... Aus alten Zeiten. Ja. Und? Ich hab einen Sturmhelm bekommen. Oh, cool. Aber ich würd's sagen, dass sich das Geschenk nicht rund... Erinnern sich... Erinnert mich so ein bisschen wie die Geschenke in Fortnite. Ey, guck mal, hier ja. Hier ist das selber wie in Fortnite. Einfach so ein Schiff gelandet. Jo, da wollte ich eigentlich immer landen. Ist hier irgendwer? Hey! Wieso ist das nicht so mir immer an? Du 31er. Aber ich weiß nicht, kann man denn Rocket Launcher auch aus normalen Chesten bekommen? Ich glaub nicht. Das ist so wie eine Minigun oder sowas. Äh, ich brauch... Es könnte halt schon sein, weil im Trailer war's ja auch, dass man's durch die Kisten bekommt. Wirklich? Ja, dann hab ich mir den Trailer wohl nicht so richtig angeschaut. Hehe. Äh, lass... Ja. Air-Drop ist dann auch mal wieder weg. By the way, ne? Naja. Lass mal ein bisschen in diesen dunklen Nebel da rein. Ja, komm, 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 komm. Alles ist in den Nebel gehüllt. Ja, ja, alles ist in den Nebel. Alter, alter. Alter. Das ist mir zu creepy, glaube ich. Vielleicht krieg ich gleich ne Gasmaske. Ja. Corona, Corona. Alter, du siehst halt keine 10 Meter weit. Hier ist auch so ein... Also, für alle Leute unter euch, die dieses Spiel hier wirklich aktiv spielen, hier ist wirklich so ne Camper-Ecke, wo ihr wirklich, wenn ihr Glück habt, äh, und die Gegner nicht so schlau sind und euch nicht sehen, sehen sie, sehen sie euch vielleicht nicht direkt, weil hier ist wirklich, seid ihr fast unsichtbar. Also, es ist anderes Level krass. Oh, Zone. Also, ich sag dir ehrlich, ähm, ist hier auf jeden Fall geil. Ja. Ja, aber was ist nicht so geil. Ja? Was ist nicht so geil? Okay, dann nicht. No, 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 no. Come on. Äh, on me? On me? Der finished? Bro? Holst du mich hoch? Oder? Ich bin rausgeflogen. Ich schaff's. Nein! Lauf doch nicht weg! Nein! Was machst du? Dein Bot ist so blöd. Ich? Ich bin rausgeflogen! Dein Bot ist blöd, nicht du! Komm her, mein Freund. Ich bin auch blöd, aber... Ja, na. Das war's wieder komplett. Lauf nicht weg! Oh mein Gott! Du holst mich, du holst mich! Ich bin... Sag mal bitte, dass es mein Bot ist, dass ich so scheiße bin. Ja, also... Ihr seht... Mein Freund ist ziemlich schlecht in Badlands. Ey, Junge! Nicht, was ist ein Bot? Also, er ist gerade irgendwie aus der Runde rausgeflogen. Aber wir wissen... Das ist wahrscheinlich, weil jetzt zu viele Leute online sind, leider. Ja, wir wissen leider nicht, wieso. Spaß. Es sind einfach viel zu viele Leute auf diesem... kranken... kranken Server online. Alle sind gehypt. Alle lieben dieses Spiel. Oh mein Gott. Anderer Robo. Noch ein Robo-Skin. Ja, Bro, Digga, was soll ich... Gibt's vielleicht sogar neue Skins? Jo, Digga... Naja, nur die aus dem Battle Pass. Die sind neu drin. Naja, was soll's? Supi, sind Zweiter geworden. Wie... Ja, super Runde, super alles toll. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das soll's vom heutigen Video auch gewesen sein. Haut rein, Leute. Euer Mr. Unbekannter. Ciao. Bis zum nächsten Mal.